Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Create Sports, Ihrem Hockey-Ausstatter. Von Anfang an wollten wir versuchen, einen Punkt zu haben. Wir wissen, wie gut Kassel ist. Tim hat einen hervorragenden Job gemacht die ganze Saison, den ersten Platz fast die ganze Saison. Es ist nicht einfach in dieser engen Liga. Einfach für uns, das war ein großes Kämpfen in jeder Position. Tor war hervorragend, ein paar Big Saves gemacht. Der Verteidiger hat sich hier gespielt und die Stürmer haben natürlich drei Tore geschossen gegen einen Top-Bowley. Wir haben auch ein Punkt-Grück gehabt, das ist ein Teil bei Sokking. Ohne Punkt-Grück gewinnst du nicht. Aber einfach stolz für die Mannschaft. Für uns hat er eine sehr große Treibung. Dankeschön. Alles klar, vielen Dank. Tim, was sagst du zum Platz gespielt? Dankeschön. Guten Wunsch, Kevin und deine Mannschaft. Super, du hast gesagt, super Auswahlspiel von Torz heute Abend. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber wir haben zwei oder drei sehr schlecht Spiele gemacht. Nach dem Ende, dem ersten Drittel, schlechte Wechsel. Und das Gegentor mit drei Sekunden nach einem guten Drittel von unserer Mannschaft. Und in der zweiten, ich denke, ein Coverage-Fehler in Unterzahl gegen die zweitbeste Unterzahl-Mannschaft in der Liga. Ich denke, in der Offensiv-Kredit für Torz. Sie hat einen guten Job gemacht. Aber wir müssen mit mehr Purpose und harter auf den Schläger neben dem Tor. So, nächste Woche sind die letzten zwei Spiele. Und für uns, wir müssen ein guter Gefühl haben für den Playoffs. Vielen Dank an die beiden Redner für die Statements. Gibt es Fragen der Anwesenden Press und Medienvertreter? Tim, wie kann man ein guter Gefühl haben, wenn es nur zwei Spiele gibt, bevor die Playoffs los geht? Also, die Bauer von Gerard Thornburg von der ANA hat immer ein gutes Gefühl von den Playoffs, als sie in den letzten beiden Spielen auch vorbekommen haben. Das beginnt mit diesen großen Fehler. Nur zwei oder drei. Ein Charakter sagt, aber eine Championship-Mannschaft mag diese Fehler nicht. Und in der Offensiv, wir müssen mit mehr Strength und mehr Strength in der Offensiv kommen.